Ich bin euer Isaac Sieger Ein Gun Game, wir haben das letzte Mal ein Deathmatch gespielt, heute spielen wir mal ein Ründchen Wettrüsten, das heißt Gun Game. Das Spielprinzip ist ganz einfach, man hat eine gewisse Anzahl von Kills, die man mit jeder Waffe absolvieren muss. Nachdem man die Kills gekriegt hat, oder gemacht hat besser gesagt, wechselt man zu einer anderen Waffe und die Waffensets sind immer unterschiedlich groß, also immer unterschiedlich, das glaube ich sogar durch Zufallsprinzip und am Ende kommt das Messer und wenn man mit dem Messer kill, ja und wenn man jemand mit dem Messer killt, dann wird der automatisch ein Level gesenkt. Wir sind auch ein paar PP-Bison, wir müssen ein Kill mit dieser Waffe machen und danach bekommen wir eine andere. Das ist einer von uns. Ich habe V-Sync-Probleme, ich weiß nicht warum. Ist immer geil, vor allem bei Shootern. Top-Runde, richtig geil würde ich mal sagen. Und wir kriegen nix. Aber ist nicht so schlimm. So, meine Lieblings-Map Monastery, wähle ich doch gleich mal. Ich mag die Map, die liegt mir gut. Kiez-Nutten-Runde, what the fuck, Alter, was geht? Wir haben sogar ein Bot, bzw. der Gegner hat ein Bot. Na dann, top. Ah, der Timer stimmt nicht. Ich habe vorhin schon mal eine Aufnahme gehabt, die ist aber richtig verkaked, weil ich Fraps falsch eingestellt hatte, weil ich brauche für manche Spiele eine andere Fraps-Einstellung oder Grundeinstellung. Ja, wie man sieht, fangen wir jetzt mit dem Mag-10 an und ich mit der Bison. Die Bison kommt hier als dritte Waffe. Und wir müssen 10 Kills, äh. Boah, wie, ja. Und da kommt einer von links und knüppelt mich mit dem Ding weg, ey. Ah, das war ja nur eine Aufwärmphase. Ah, okay. Gar nicht mitgekriegt. Naja, auch wie geht's hier? Mit gebrüllt. Ja, wenn man jemanden mit dem Messer killt, läuft. Kill Nummer 1. Und Death Nummer 1. Und das Schöne am Gun-Game, finde ich, dadurch, dass man viele Waffen durchspielt, man kann auch einige, man kann Waffen, die man nicht so oft spielt, kann man trainieren. Oh, oh, oh. Und Waffen, die man halt öfter spielt, festigen sich noch. So. Irgendwann läuft's ganz gut. Und Insta-Head. Nice. Voll ein Insta-Head-Shot gekriegt. Aber die Bison, ich mag die Bison nicht, die Waffe ist so. Nice davon, ein nice Action. So richtig behämmert. Der Typ ist aber, glaube ich, down. Ja, komm, vom Bot, ey, wie billig ist denn das? Manchmal hasse ich dieses Spiel. Ja, wie ich wieder mich treffe, das gibt's doch nicht. Könnte mich wieder aufregen, ey, die Scheiß-Bison, ich hasse. Ich hasse diese Waffe, weil die... Ich glaube, eine Schrotflint ist genauer auf 50 Meter, ey, ernsthaft. Was? Ja, von wo kam... Und schon wieder der verfickte Bot, alter. Die Bots in dem Spiel sind einfach... Hm. Ja, klar, man. Seh ich auch so. Ja. Das war voll der Luck-Shot. Ja. Arsch offen, oder was? Arschloch. Und, was natürlich auch noch schön ist, man sieht seine Waffen-Skins, die man sich erspielt hat. Und, ja, 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 angucken, schön, schick, schick. Da hab ich noch einen gesehen, aber das war... Äh, was? Alter, Verwalter, der Typ knüppelt aber ganz schnell, fuck it, nicht lang, wa? Das geht ab. Es leckt. Mann, wieso leckt das immer, wenn ich am Zocken bin? Und am Aufnehmen. Ey, hab absolut keine Ahnung, woran das liegt, ey. Ah, der hat bestimmt... Ja, verpiss... Alter, jetzt kacke ich schon wieder voll ab, ey. 8, 12, das... Kann sich doch keiner angucken, ey. Meine Fresse, ey. Fousing-Probleme. Ich hab auch keine Ahnung, woran das liegt. Ja, und dann werde ich mit der Max-7 umgeknüppelt. Oh, wenn die Waffe kommt, drehe ich mich jetzt schon auf. Weil ich hasse die Waffe genauso. Das ist die behinderte Schrotflinte im... ...ganzen Spiel. Ah, ja, wo kommst denn du jetzt? Und schon wieder der Bot, ey. Den hole ich mir jetzt. Ja, komm. Ja, alter, klar. Wie ist es, alle überleben, ne? Was willst du denn, alter? Hast du einen Arsch auf, du behinderter Krüppel? Du musst nicht deine eigenen Leute anschießen, du Eimer. Gibt schon Menschen, die haben... ...intelligent... ...mit Löffeln gefressen, ey. Hm, Shotgun. Die Waffe mag ich schon eh, ne? Und natürlich hat der mich mit seiner Abgesehung getroffen und mich gekillt und ich ihn... Na, die verstecken sich hier zum Beispiel gerne, da drin. Wo ist denn der Affenkopf? Dankeschön. Bam. Hier habe ich doch noch einen gesehen. Ah, fuck. Sorry, wenn ich gerade nicht so... ...nicht so viel kommentiere, es ist... ...anstrengend. Und vor allem, wenn ich dann hier noch die... ...Defousing-Probleme habe und den Licken und... ...und alles... Mal, verpiss dich halt, block halt nicht den Gang, du Affenarsch. Oh Gott, ABP. Ja, verpiss dich halt, lauf halt zu, Mann! Oh, da krieg ich die Gritze, ey. Ich krieg schon hier Zustände, ey. Wahnsinn. Ja, nicht... So, wir haben den ersten im Goldmesser. Terroristen gewinnen. Das war eine echt beschissene Runde, ey. Monastery, bitte. Alter, ich habe durch. Da rätst du hier im Mund, fußlich, ne? Hast Fausing-Probleme? Kannst nicht gescheit aufnehmen? Und dann hast du noch ein paar... Na, komm, mach. Ja, wieder Safe-House. Das sind die besten Vöchel, die immer alle die gleiche Map wählen, ey. Da krieg ich die Gritze, krieg ich da. Alter, verhalter. Ich hoffe, es ist jetzt eine bessere Waffenreihe dran. Und, ne. Ein-K-Mit-der-MP7. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ich mag die Waffe neben mir. Juhu, Bot. Yay! Ist eh noch aufwärmfahrt, dass wir von dem her... Klar, Mann. Bin Teamleader, alles klar. Und wir haben einen Bot. Gut, wenigstens ist kein Bot im gegnerischen Team. Ja, wo kommst denn du jetzt her, alter? Den Sieg... Ihh. Ich schwitze hier, ist ja ekelhaft. Ähm. Ja, Mann. Da kommt natürlich... Ich finde das immer so... Blöder Wichser. Ich finde es immer geil, dass die Leute immer an denselben verfickten Ecken rumcampen. Ich verstehe das nicht, wie man bei einem Gun-Game campen muss. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist ein aktives Spiel. In einem Wettkampf, okay. Bisschen campen, einfach um irgendwie länger zu überleben oder sowas. Aber... Ja, Mann. Aber doch nicht in einem Gun-Game oder in einem Death-Match. Ja, dankeschön für den Kill-Steal, du Bastard. Mann. Ja, nochmal ein Kill-Steal gekriegt. Wie ich dieses Spiel liebe. Ja, Mann. Ich reg mich doch bei keinem Spiel so sehr auf wie bei dem... Alter, 1-5, ey. Meine Fresse, ey. Ich baller den aus 5 cm ein ganzes Magazin in die Fresse und er überlebt. Willst du mich verarschen oder was? Blöder Bastard, Alter. Halt die Fresse und schießt deine eigenen Leute dann an. Oh, wie ich mich... Ich helbe. Dieses Spiel aufreicht. Schon wieder der Wichser, Alter. Wichser, Alter. Das war jetzt echt Lack. Wenn meine Frame-Rate mal ein bisschen konstanter bleiben würde, wäre es vielleicht auch angenehmer. Was habe ich eigentlich für einen Ping? Ich habe einen verfickten Ping von... Ah, nee, Punkte. Wo ist denn mein Ping? Ping ist von 38er. Ist doch in Ordnung. Aha. Aha. Sehe ich genauso. Für alle Leute, die nicht gerne andere Leute sehen, wie sie sich aufrechen. Die sollten dieses Video nicht gucken und hätten schon lange wegschalten müssen. Äh, Alter. Ja, und dann kriege ich von hinten einen auf den Deckel, ey. Ja, ist doch schon die Möglichkeit. Hm, und wenn die eigenen Leute dann noch blocken, das ist ganz geil, du behinderter Affen... Ja, komm. Alter. Ja, komm. Ja, komm. Alter. Das, der mich jetzt mit der AOG getroffen hat, ist mir... Alter, schau mal, was von sterben gehört! Ich habe zwar nicht den besten Aim, aber den Vogel treffe ich jetzt auch noch. Holy moly, frickin' rolli, ey. Alter, Gebirgsbäder, ey. Ich muss dringend noch irgendwas an der Einstellung ändern. Ich muss dringend noch irgendwas an der Einstellung ändern, dass das mit Frips oder was heiß ich irgendwie einfach flüssiger läuft beim Aufnehmen. Weil wenn ich normal spiele, ohne Aufnahme, habe ich absolut keine Probleme, keine Framelegs, keine Fousing-Probleme, gar nichts. Ja, klar, Mann, mit der MP7-Insta-Head sehe ich genauso. Dann natürlich mit den Dual-Beretters die behinderten Pistolen im ganzen Spiel, weil sie einfach nichts können. Ah. U, LVP, siehst... Okay. Geh unter Terroristen zu gewinnen. Eine Runde machen wir noch, komm. Oh, Gott, alter. Puls von 125. Was 125? 200, ey. Ja, komm, Schutz. Oh, alter, alter. Oh, Gott im Himmel, ey. Oh, mighty rage, heute mal, ey. Ernsthaft. Welchen Platz bin ich denn bei uns? Weißt du, wenn ich alleine spiele, ne? Oder mit ein paar Freunden zusammen, habe ich überhaupt keine Ehre. Das klingt jetzt schon, ja, du kannst, du bist einfach total sehr Loob, du kannst gar nichts. Aber ich muss da ehrlich noch gucken, wie ich die Aufnahme mit die Fripsse und... Ich nehme schon nur auf halber Größe auf, deswegen ist das Bild immer so ein bisschen verschwommen. Aber, äh, wieso ich die Fousing-Probleme habe? So, erstmal drei Kills gemacht, drei Bots gekillt. Sean, Adam und Ethan. Aktuelle... Nein! Bist du behindert, oder was? Willst du mich verarschen? Dankeschön. Safe-House, Alter. Lern mal zu spielen, Junge. Ich bin Teamleader, geil, oh. Ich liebe das, wenn ich Teamleader bin. Denn dann bin ich nämlich, äh, rot markiert und für alles sichtbar. Das ist dann der... ne, integrierte Wallhack im Spiel. Dankeschön. Ich bin manchmal gar nicht so unfroh darüber, dass mir... Ja, klar, Mann. Ich bleib' jetzt erst mal chill. Okay, der hat aber kaum noch Leben gehabt, wa? Komm, 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 muss weg, 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 weg. Von da, das ist Spawn-Punk. Das ist... Ja, genau, das. Und dann krieg' ich vom Bot aufs... Fressbrett, äh. Fressbrett, äh. Naja, die Russen wieder, wa? Den treff' ich nicht von hier, kannst du vergessen. Oh, nicht vergessen. Killsteal, haha. Ich hasse es, wenn mir jemand die Killsteal, aber ich liebe es, wenn ich Leuten die Killsteals. Aus demselben Grund. Entschuldigung. Musste ich leicht etwas hüßeln. Ah, mein rechtes Ohr jungt. Ah, scheiße. Ah. Oh, weiter. Das gibt's doch nicht. Oh, so. Uh, da, Bodi, Bodi. Was? Der komische Baladli, alter. Ja, block mich halt, du Affe. Wie ich dieses Spiel liebe und hasse. Wahnsinn. Ja, Mann. Klaro. Ja, klar, Mann. Und den durfte ich jetzt nicht killen, oder was? Kommt doch schon wieder einer hin. Bang, bang, Mann. Bang, bang, Mann. Ich spiel so richtig schlecht. Ich glaub, ich muss nochmal üben. Double Kill. Ja, ja. Und dann werde ich mit der AWP umgerotzt. Spawn-Camping gibt's nicht hier. Dankeschön. Ja, ja, Bod. Klar. Eigentlich ist ein offizieller Spieler mit einem Aim-Bot. Ja, komm. Lass halt gut sein. Ja, komm, Klaro. Mhm. Zwei Schüsse mit der Schrotflinde aus der Entfernung und es interessiert den feuchten Furz. Wenn ihr 17, 14 erwähnt seid. Einigermaßen angenehme Stats. Bam. Ob es ja von allen Seiten auf die Fresse gerichtet. Was auch immer ich jetzt gemacht hab. Worauf auch immer ich gezählt. Tab. Oh. Hat mir jemand den Kill gestealt? Das gibt's nicht. Da hat mir jemand tatsächlich den Kill von dem Wichser ge... Umschaltender Feuerstoß. Ja, Klaro. Ich hab doch grad eben schon wieder umgestellt auf Dings und ich bin vom Bot gekillt worden. Das ist ganz geil. Nee, nicht Feuerstoß. Vollauto. Also Halbauto eigentlich. Juhu. Desert Eagle, meine Lieblingspistole. Bin ich aber auch grad mitgekillt worden? Danke für den Killsteal. Freu ich mich. So, wir haben Leute auf der... ...Goldmesserstufe. Alter, ich treff auch gar nix heute. Ja, komm schon, Helder. Nichts auf der Goldmesserstufe. Noch einer auf der Goldmesserstufe. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Terroristen gewinnen. Versus, na wen ist es ja bei uns. So, das war's für heute mit, äh... Oh, ich krieg sogar ein Operation Breakout Waffenkiste. Sexy. Ähm, wenn ich die aufmache, zeige ich das auf jeden Fall auch. Ähm, ich disconnecte jetzt mal hier von dem Server. So, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch einen Daumen nach oben. Wenn ich euch gefallen habe, gebt mir doch auch einen Daumen nach oben. Sprich, abonniert mich. Ähm, jo, wir haben hier eine Operation. Ich hatte, glaub, noch nie eine Operation Breakoutkiste. Okay. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr euch gefallen habt, drückt doch den, äh, den Abo-Button. Ich hüpfe, ich hüpfe hier so. Ähm, drückt doch den Abo-Button, um nichts mehr zu verpassen. Meine Facebook-Fanpage ist natürlich immer noch unten in der Videobeschreibung drin. Guckt da mal vorbei und lasst da mal ein Like. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.